Hallo, ich bin der Micky. Ich bin der Gino von Lesain, hallo. Wir werden euch das TwinDrive CO2 System jetzt einmal vorstellen. Das TwinDrive CO2 System besteht aus einer 16 Gramm Kartusche, die Gewindegänge hat und einem Gewindeansatzstück, also einem CO2 Kopf, der aus 70-75 Aluminium feingedreht ist. Das Besondere daran ist, dass es super leicht ist. Das ist ein super leichter Aufsatz, der hat gerade mal 8 Gramm, ist also wirklich perfekt für unterwegs. Und er passt wirklich an alle Kartuschen dran, die was? Die ein Gewinde haben. Sehr kompatibel. Sehr kompatibel. Jetzt sollten wir mal zeigen, was das Besondere an dem TwinDrive ist. Das Besondere ist, dass der Kopf zwei Gewindegänge hat. Das ist also für Autoventil und französisches Ventil funktioniert. Und dadurch, dass es Gewindegänge hat, hat man eine ganz sichere, verschraubte Verbindung. Denn das Problem bei CO2 ist, dass man ja mit ungefähr 900 bis 1000 PSI einen unheimlichen Druck erzeugt. Und bei den normalen Slip-Verbindungen, also den Steckverbindungen, gerne das CO2 seitlich entweichen will. Das ist also bei dem System komplett eliminiert. Gib mir doch mal das Mountainbike. Erstmal das Mountainbike. Genau. So, das schraubt. Der CO2-Kopf wird einfach verschraubt, wie man das so sieht. Dann wird die Kartusche angesteckt. Komplett Hands-Off. Keine Hände. Man verfriert sich nicht die Hände. Gar nichts. Es wird immer etwas Restdruck da sein. So. Und jetzt führen wir mal das Gleiche vor. Mit jetzt französisches Ventil. Einfach angeschraubt. Die Kartusche wird wieder angestochen. Gelöst. Keine Hände. Ich kann mir wieder die Hände nicht verfrieren. Die werden sehr kalt, die Kartuschen. Vorsichtig. Ja. Das war's. Ganz sichere, verschraubte Verbindung. Man bekommt wirklich das ganze CO2 problemlos in den Reifen. Das war's. Vielen Dank. Spätes Produkt. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.